So, dann machen wir mal hier weiter. Oh, heller, dunkler. Geil. Nein, jetzt ist ja eine geändert. Sehr, sehr geil. Hm, wieder ein ganz anderes Bild, ey. Das ist ja Hammer. Jetzt haben wir schon mal vier von sechs. Dann haben wir ja nicht mehr weit. Dann würde ich da gleich mal sagen. Machen wir aber gleich weiter hier. Wie man sieht, verringert sich der Schlitt permanent hier. Ja. Ha, ha, ha. So. Haben wir hier eine schöne Tür irgendwo? Was haben wir hier drinnen? Nichts. Also müssen wir hier wieder raus. Da ist doch. Alles kaputt hier. Und knistert. Und es werde Licht. Da haben wir wieder eine Tür. Was haben wir hier? Na, was haben wir hier? Ab und zu muss man auch ein kriegen. Vielleicht ist ja manchmal ein Schlüssel drinnen. Nichts. Nichts. Okay. Ui, 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 ui. Oh, hier haben wir was. Oh, das ist ja nicht jetzt auch viel Maulkop, ey. Oh, für die Scheiße. Oh, für die Scheiße. Könnte jemand diesen verdammten Hund aufhören? Die Schrauben und die Schrauben hinter den Schrauben ist genug. Guck erst nochmal da hinten. Oh, Mann ey. Was ist denn jetzt hier los? Eigenartig, ey. Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Hm. Dann gehen wir mal hier raus. So. Na, da ist so dunkel, da sehe ich überhaupt nichts. Na, gehst du auf. Hm, hier mal wieder ein Bild. Boah, hier ist extrem dunkel. Können wir hier wieder... Oh, oh, Mann ey. Mann. Das ist schlimm, ey. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, wieder das Rattenbild hier. Was haben wir denn hier? Oh, mal hier irgendwas. Oh, mal hier irgendwas. Was passiert jetzt? Boah, krass, ey. Boah, krass, ey. Ach, Wann ist das los? Ach, du Scheiße, wir gucken mal hier. Oh, da ist's zu. Also müssen wir da lang. Hm, 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 hm. Oh mein, was ist denn das hier für ein Scheiß, ey? Ey, was ist denn jetzt hier los, ey? Ach, Mann, ey. Das ist ja ein Scheiß. Immer besser, ey. Schöne Farbe. Na, der kann ich hier aber auch schon... Oh. Schon irgendwoher hier? Was ist denn das für ein Vieh, Alter? Äh... Bin ich wieder hier? Hä? Ich bin jedes Mal woanders, ey. Oh, was ist denn das, ey? Scheiß Whisky, ey. Oh Gott, was sagt der Name? Hm. Sehr lecker. Gehen wir mal weiter. Warte mal, da ist ne Tür, und hier ist auch ne Tür. Ja, die ist zu. Hm. War mir ja doch richtig. Oh, was haben wir jetzt hier? Ganz schön. Okay, der Kalk wird betätigen. Ja, dann muss ich das wohl machen. Und das, ey. Na, nochmal. So, mehr geht nicht. Oder? Ne. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah. Es werde Licht. Jo, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Und sehen wir uns dann wieder im nächsten Part. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.